Hallo Freunde, ich grüße euch. Die siebte und letzte Runde des Deitzesauer Herbstopens steht an. Raphael mit 2 aus 6, voll im Soll. Sehr, sehr gutes Turnier bis jetzt. Einige Chancen ausgelassen. Man darf nicht vergessen, ging 250 Punkte im Schnitt stärker. Das ist natürlich auch Energie zerren und so. Aber er packt nochmal alle Energie zusammen hier in der siebten Runde und bietet nochmal vollen Kampf bis ins Endspiel. Kleiner Spoiler. Also von daher, sehr gut, Respekt bis hierhin. Und ich werde am Ende natürlich auch nochmal ein kleines Fazit ziehen. Wenn euch das interessiert, dann bleibt auch bis zum Ende dran. In dem Sinne, los geht's. So, auf ins Gefecht. Daniel Goldinoff ist der Gegner. Mit DWZ 1874 und ELO 1811. Da ist gar nicht so weit weg, ja. 100 Punkte, da ist vielleicht was machbar. Und der Zufall wollte, dass Raphael wieder die weiße Farbe bekommt, die weißen Steine. Und wir haben so zwischen den Runden mal eben kurz geschettet. Und dann hat er mir den Namen seines nächsten Gegners gesagt. Oder respektive, den habe ich über Chef Results rausgefunden. Und dann habe ich so geschrieben, oh, der nächste Gegner spielt mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder holländisch. Und Raphael hatte wahrscheinlich die Schnauze voll von holländisch. Und hat deswegen hier mit erstens Sprenger F3 angefangen. Natürlich wird das den holländischen Stern mit F7, F5 nicht komplett verhindern in dem Sinne. So wollte ich sagen, ja. Aber, genau, also es kam auch kein Holländer, sondern es kam Sprenger F6. Und wir gucken mal eben, nur nach dem ersten Zug schon eine Variante, das erinnert so ein bisschen an die Informatoren, ja, aus den 30er Jahren. Äh, aus den 70er Jahren oder so, vor 30, 40 Jahren. Hier ist nämlich die Idee, gegen holländisch ist F5, dass das Schwarz hier um das Feld E4 kämpft. Hier hat weiß aber noch nicht D4 gespielt, sondern kann D3 spielen und demnächsten E4 spielen. Zum Beispiel mit einem schönen Gambit, ja, mit E4, zack, zack. Und wenn Schwarz das annimmt, kriegen wir hier eine super Entwicklung. Greifen ihn an und wenn der wegzieht, dann können wir schon Springer G5 drohen. Und haben die Idee Springer H7, jetzt nur mal ein ganz blödes Beispiel, Springer Z6. Dann schlagen wir hier auf jedes Schlagen, ja, da gibt es hier schon schöne Motive. Okay, ist natürlich jetzt nicht alles erzwungen, aber soll mal initiieren, ja, dieses D3 mit E4, das kann man als Gambit durchaus mal auspacken, ne. Okay, ähm, wir gehen zurück. Es kam Springer F6, jetzt können wir mit D4 wieder in unsere Öffnungen übergehen. Und E6, ah, und ja, ihr erinnert euch an gestern, da habe ich ja gesagt, wenn Schwarz durch eine andere Reihenfolge erst E6 spielt und dann vielleicht mal D5, dann ist dieser Läufer auf C8 eben hier, äh, ja quasi eingesperrt, ja, kommt hier nicht über F5, G4 raus. Und dann sind wir mit E3 wirklich im Kolle-System, wenn Schwarz C5, also D5 spielt, ja. Und, ähm, okay, er verzichtet noch auf D5, okay, aber er legt sich mit seinem Springer fest. Das ist auch schon sehr, sehr früh und sehr verpflichtend. Denn es gibt zumindest noch die Option, sich hier mit R, wenn er mit D5 sich aufbauen will, dann könnte er den Springer hier auch nach D7 stellen. Die Idee ist, wenn Weiß seinen Standards-Schemaplan mit D schlecht C spielen möchte, dann kann der Springer eben zurückschlagen und das Tempo auf den Läufer D3 bekommen, respektive das Feld E4 mehr mitkontrollieren, ne. Und dann ist es schwerer für Weiß E4 durchzudrücken. Also von daher hat, natürlich geht dann dieser Läufer hier über B7 oder so, ne, klar. Ähm, auch, also ist zumindest auch eine interessante Möglichkeit. Ähm, dadurch, dass er von der Reihenfolge R Springer D6 spielt, nimmt er sich diese Möglichkeit. Läufer D3 und jetzt spielt Schwarz D5. Okay, und jetzt sind wir tatsächlich im Standard 0815, wie auch immer, Kolle. Und, ähm, da hat Raphael selber auch schon mal ein Video zugemacht, ja. Ich verlinke das mal hier. Da hat er die Grundlagen, die Ideen, die Pläne wunderbar, ähm, erklärt und gezeigt. Und deswegen brauche ich das hier nicht machen, ne. Also wer das noch nicht kennt, unbedingt angucken. Oder direkt den Kanal von Raphael abonnieren, natürlich, ne. Ähm, wir sind hier weiter in unserer Partie. Und der Gegner spielt E6. Okay, möchte den Läufer 4 kettieren. Alles gut. Das machen wir auch. Und jetzt spielen wir Turm E1. Ja, jetzt wollen wir hier aber mal klar auf E4 spielen, ja. Und nicht mit so komischen Zügen wie Dame E1, sondern mit normalen Standardzügen. In Anführungsstrichen. Ähm, so, jetzt spielt der Gegner Läufer E7. Und jetzt müssen wir nochmal einmal, äh, eine kleine, kleine, ähm, Läufer E7. Genau, und hier müssen wir mal mal reingucken. Und zwar, man hat natürlich die Optionen, wieder mit diesem Schlagen auf C5 oder sofortiges E4. Und normalerweise, ja, wenn Schwarz hier nicht B6 gespielt hat, dann klassischerweise nimmt man hier, weil der Läufer zurückschlagen muss. Und nach E4, dem ganzen Tauschen hier, kriegt der Springer ja nochmal ein Tempo. Und, äh, das ist hier nicht zwingend erforderlich oder gegeben, weil ja auch der Bauer zurückschlagen kann. Deswegen muss man hier nicht auf C5 schlagen. Ja, deswegen kann man hier auch sofort E4 spielen, was Raphael gemacht hat. So, jetzt gucken wir uns aber trotzdem nochmal eben eine kleine Variante an. Also, wenn der Läufer Schlügel und wir spielen E4, dann wäre jetzt auf dieses Schlagen, dann hätten wir hier dieses Tempo hier eben, hä? Opsa, dieses Tempo. Und, äh, ja, und jetzt haben wir so einen typischen Fall, dass wir hier so ein typisches Koller Endspiel mit diesen drei gegen die zwei Bauern, das streben wir an. Das heißt, wir wollen hier ein schnelles Tempo mit B4, wir wollen vielleicht mit C4, C5 uns möglichst schnell irgendwie eine Form von Freibauern kreieren, um den Gegner zu beschäftigen, hä? Und, äh, das ist so die, die, eine der Grundideen. Wir schauen mal eben ganz kurz bei D schlecht C, wenn jetzt B schlecht C gekommen wäre, dann hätten wir natürlich auch E4 gespielt und wenn Schwarz jetzt zum Beispiel gar nicht, also wenn er jetzt hier auf E4 nimmt, ja, mit ähnlichen Stellungsbildern wie eben, dann haben wir nur eben zusätzlich noch eine Bauernschwäche auf C5 und deswegen spielt Schwarz im Regelfall hier nicht das Rausschlagen auf E4, sondern zum Beispiel die Rochade und dann hätten wir die Möglichkeit mit E5 diesen, diesen Springer hier zu vertreiben und dann haben wir so ein Stellungsbild, das ähnelt ein bisschen dem königsindischen Angriff. Wir haben hier diesen, diesen Raumvorteil mit E5, dieser, dieser verteidigende Springer, ja, dass das, die Dame hier mal hin könnte, der Läufer wirkt schon in die Richtung, der Springer könnte kommen, der andere Springer kann jetzt über die Richtung kommen, der Läufer ist frei, alle Figuren gucken so ein bisschen Richtung Königsvögel. Klares Indiz, dass, äh, Weiß hier durchaus ein Angriffspotenzial hat, denn Schwarz hat immer Schwierigkeiten mit F7, F6 oder F6, F5, ähm, weil wir dann hier, oder F7, F5, so, weil wir mit ein paar Songs schlagen könnten und den, den E-Bauern natürlich hier ansprechen könnten. Hm, klar. Okay, äh, das, das ist natürlich ein anderes, anderes Stellungsbild, klar. Raphael spielt sofortiges E4, auch gut. Schwarz nimmt hier einmal auf D4 zwischen und jetzt auf E4. Und jetzt sehen wir, haben wir so ein typisches Stellungsbild mit einem Isolani auf D4. Okay, Isolani ist jetzt nicht per se eine Schwäche, ja, also, man muss jetzt ein bisschen, ein bisschen ausholen, und zwar, Isolani kann zur Schwäche neigen, besonders wenn viele Figuren getauscht werden. Und je mehr Figuren getauscht werden, desto schwächer wird, ja, denn, ähm, der Vorteil von dieser Isolani-Struktur ist, naja, eigentlich, dass Weiß auf ein aktives Figuren-Spiel setzt, ja, wir haben hier auf E5 ein Vorpostenfeld, der Läufer guckt in die Richtung, der Turm kann hier vielleicht mal schwenken, zum Königsangriff gucken und so. Also Schwarz, äh, Weiß, Weiß versucht mit aktivem Figuren-Spiel ein bisschen Druck auf den König zu machen, als Kompensation für, für diesen Isolani. Ähm, wenn Schwarz es gelingt, viele Figuren zu tauschen, ne, dann ist dieser Figurendruck gegen den König eben nicht mehr vorhanden und dann wird, äh, dieser, dieser Bau auch immer schwächer, ja, dann wird sich Schwarz irgendwann mit den Türmen hier verdoppeln können, ja, und, und den hier unter Druck setzen können. Soweit sind wir natürlich noch lange nicht, ne, aber soll nur mal so als, als kleiner Indikator, dass, dass dieser Isolani per se nicht unbedingt schlecht ist. Schwarz rauchiert. Hm, natürlich wäre natürlich jetzt, äh, ein Träumchen quasi, ja, wenn er sagt, hier, äh, Bauern gewinnen. Naja, gut, ähm, am Ende des Turniers, eines langen Turniers, kann das natürlich mal passieren, keine Frage, ja, aber der Klassiker mit dem Absuchsschach, wenn man frisch ist, dann, dann sieht man das natürlich, ne. Klar, und hier hat der Gegner, das habe ich auch, auch gesehen, ähm, und spielt die Ochade. Okay, jetzt spielt Raphael gut, und zwar, er sagt, ich habe das System verstanden, ich weiß, dass ich die Figuren nicht tauschen sollte und hält die Figuren auf dem Brett. Das ist gut. Und, warum, warum ich C3 auch gut finde, ist, ja, man hat immer so ein bisschen Einfluss auf das Feld vor dem Isolani, ein ganz wichtiges Feld. Auch dazu hatte ich schon mal, schon mal Videos gemacht über Bauernstrukturen und Isolani im, im Speziellen. Ähm, ich verlinke natürlich zwischendurch immer mal Videos, weil, äh, das kam auch in den Kommentaren zwischendurch, ne, aber guckt euch natürlich erst die Partie zu Ende. Okay, ähm, Sprenger B4, guter Zug. Warum? Erstens greift er diesen Läufer an, zweitens kann der Sprenger nach D5, und damit hätte Schwarz sehr, sehr große, quasi endgültige Kontrolle über das Feld D5, quasi vor dem Isolani das Feld. Ähm, Raphael geht nach E2, äh, nach, nach, öps, nach, nach E2. Jetzt denkt man sich, ja, der Läufer sollte eigentlich hier auf dieser Diagonale bleiben, um nach H7 weiter zu gucken, um, ja, dieses Angriffspotenzial aufrecht zu erhalten. Wir schauen mal eben, was passiert, wenn der Läufer hier zurück ginge. Dann könnte Schwarz, ich meine, ist eine Option, kein Muss, aber er könnte hier auf F3 schlagen und sagen, komm, hier hängt jetzt ein Bauer. Und die Frage ist eben, ob Weiß wirklich objektiv genügend Kompensationen hat. Und ich würde sogar eher tippen, dass nein. Die Dame ist hier bei der Verteidigung, es sind keine Bauern mehr, dass wir die Verteidiger F6 zum Beispiel entfernen können. Ja, wir haben hier den Einbruch auf D7, haben wir nicht. Ja, Damentausch wollen wir schon mal gar nicht. Und ja, das ist ein bisschen, ich glaube, ein bisschen dünn. Und deswegen hat Raphael sicherlich auch zu Recht den Läufer nach E2 zurückgestellt, um F3 zu decken. Okay, jetzt haben wir natürlich keinen direkten Angriff mehr gegen den König, aber, ja, die anderen Figuren, ja, Springer E5 zum Beispiel, ist ein schönes Feld. Der Läufer kann ja auch nach F3 gucken. Von daher, alles gut. Gut, zum C8. Ja, und jetzt ist irgendwo die Grätchenfrage, die ewig junge Frage, ja. Dieser Läufer C1 ist nicht entwickelt in diesen Isolani-Strukturen. Und oftmals geht er sogar irgendwie über G5, im Zweifelsfalle, entweder einen Verteidiger hier zu tauschen, von, ja, dass die Dame mal hier rüberkommen kann, oder einen Kontrolleur des Feldes D5 zu tauschen, wie auch immer. Aber hier ist natürlich jetzt der komplett, direkt der unmittelbare Druck auf den C3 da. Das heißt, wir müssen so ein bisschen passiver spielen und diesen Bauern wollen wir nicht abgeben. Sieht ein bisschen komisch aus, zumal der D4 jetzt hier auch ein bisschen unbewacht ist, aber, ja, alles noch kein großes Problem, denn hier sobald Springer C3 kommt, schlagen wir natürlich mit den Bauern, dann ist dieser Bauer gedeckt und der deckt zuverlässig den D4 und dann können wir wieder den Läufer nach D3 in Ruhe stellen und dann können wir wieder in Ruhe weitergucken. So, jetzt hat Schwarz ja im Grunde die Öffnung gut überstanden. Er hat seine Figuren entwickelt, er hat das Feld vor dem Isolani kontrolliert und jetzt muss er sich halt irgendwas ausdenken und einen Plan entwickeln, wie es weitergeht. Und das ist dann meistens die Gelegenheit oder, naja, ich will nicht sagen Chance, aber ihr könnt ja mal eine Partie zwischen einem 1700er und einem 2-2er oder sowas in dem Dreh oder einem höher natürlich noch extrem auffälliger ist, dass die schwächeren Spieler mit der Zeit, die sie haben, dass sie einfach keine vernünftigen Pläne, die machen natürlich irgendwelche Züge, die vielleicht mal was drohen oder so, aber dass da irgendwie kein langfristig gut angelegter Plan hinter steckt. Ihr könnt jetzt selber mal entscheiden, ob der Plan von Schwarz mit A6 und H6, während Weiß seine Puppen so ein bisschen rauskriegt und hier jetzt auch den Turm im Zweifelsfalle mal mitspielen lassen kann und jetzt mit B5 so drei Bauanzüge, ja, ob das jetzt sinnvolle Nutzung der Zeit war. Raphael hat im Gegenteil, ja, also er könnte natürlich jetzt hier auch so Schemazüge machen, wie mit dem Turm irgendwo hier hin, ne, keine Frage, aber er sagt sich, ah, guck mal hier, dieser Bauer B5, kennen wir aus dem Spanier, ist ja auch ein Anrempelungsmotiv, dass wir hier mit A4 jetzt eine Linie öffnen, dass wir hier auf einmal mit dem Turm auf der A-Linie vielleicht mal irgendwas machen können. Jetzt hängt der Bauer, der muss fortziehen, okay, und, äh, der Springer zieht weg, wohin, ja, wir wollen ihn auf dem Brett halten. Also wir haben natürlich diverse Möglichkeiten, ja, wir können hier im Zweifelsfalle tauschen, wir könnten nach E4 gehen, weil es im Zentraler ist und so, wir können aber auch nach E2 gehen, um den D4 nochmal im Auge zu haben, im Zweifelsfalle werden wir sowieso über irgendwie, hier uns Richtung Königsflügel nochmal bewegen können, alles gut, ähm, A5, jetzt hat Schwarz hier so ein bisschen Raumvorteil kreiert, ja, aber natürlich auch überhaupt gar keinen Druck auf den D4 und Weiß hat seine Figuren entwickelt. Jetzt die Frage, wie geht's, wie geht's weiter, wie nutzt Weiß jetzt die Zeit? Setzt er wirklich auf, auf die Kraft des Isolanis, respektive auf die Figuren und hält die Figuren auf dem Brett? oder ist jetzt so die Verlockung dieser, dieser offenen C-Linie einfach zu groß, dass wir den Turm hier nach C1 stellen und, ja, irgendwie versuchen hier was zu tauschen oder müssen wir jetzt im Zweifelsfalle irgendwie akzeptieren und hinnehmen, wenn hier getauscht wird, ne? und, äh, Raphael hat Turm C1 gespielt, jetzt kein schlechter Zug per se, aber, ähm, ich würde gerne mal, mal so einen Zug wie Turm AD1 hier nochmal im Gucken, weil ich diesen D4 nochmal bewache und, wenn jetzt Dame B6 käme, nur als Idee, ja, jetzt will ich jetzt, ich will den Springer ja natürlich auch irgendwie aktivieren, jetzt muss ich den, ja, dann muss ich den Läufer zurückziehen, okay, ähm, sieht ein bisschen passiv aus und schwarz kriegt die Figuren natürlich auch raus, aber, ich habe natürlich die zusätzlichen Optionen, vielleicht mal den Turm über die dritte Reihe zu schwenken, ja, ich kriege jetzt hier auch den Springer, ähm, dazu, ähm, vielleicht kann ich mit der Dame mal, mal hier so rüberkommen, auch auf diese Diagonale nochmal irgendwann, ähm, also, es ist, Brett ist voll, Kampfschach ist angesagt, ne, ist natürlich auch eine Möglichkeit, ähm, nach Turm AC1 ist natürlich die, die Chance, dass hier auf der C-Linie so ein bisschen getauscht wird, erhöht, was nicht unbedingt weiß entgegenkommt, je nachdem, wie, wie die Bauernstruktur, ja, hier sich vielleicht noch verändert oder so, ähm, Dame B6, okay, Läufer E3, ah, wir sehen, Raphael sagt sich, okay, mit dem Läufer weiß ich nichts anzufangen, ich decke mal D4, und das ist auch gar nicht schlecht, denn, ähm, also erstmal mit Dame B6, grabe ich ja nicht nur hier an, sondern ich decke ja auch noch den B7, ähm, das heißt, jetzt ist ja dieser, dieser, dieser D5 wieder mobil in irgendeiner Form, ähm, wir schauen mal, wenn Schwarz jetzt hier auf, er hat, ähm, ups, kommt immer mit den Varianten durcheinander, er hat Läufer A6 gespielt, wenn er Sprenger schlecht E3 spielt, jetzt könnten wir natürlich sagen, okay, wir schlagen mit dem Bauern zurück, damit wir diesen Isolani nicht mehr haben, und Läufer schlecht F3, und jetzt müssen wir natürlich ein bisschen gucken, wir könnten hier mit dem Sprenger zurück schlagen, Sprenger zurückziehen ist nicht jedermanns Sache, ne, klar, was ist denn hier bei G schlecht F, um das Feld E4 zu kontrollieren, mit der Idee, vielleicht mal den, mir mit dem König irgendwie, die Bauern zu decken, und die G-Linie mal zu nutzen, vielleicht können wir mit dem König auch einfach nur zur Seite gehen, und die G-Linie nutzen, Wir versuchen so ein paar Figuren auf dem Brett zu halten, aber natürlich sind diese Bauern hier selber auch ein bisschen anfällig, und der König ist auch ein bisschen geöffnet, also risikofrei ist das hier auch alles nicht, deswegen muss man jetzt ein bisschen abschätzen, und gegeneinander abwägen, was einem lieber ist. In der Partie hatte der Gegner mit Läufer A6, auf den Tausch hier auf E3 verzichtet, und jetzt hat Raphael einen sehr überraschenden Zug, aber einen guten Zug, nämlich schlägt er hier auf D5, was denn das, so ohne Not, den weißfälligen Läufer abgeben, das wäre jetzt zum Beispiel nicht so ein Zug, den man sofort irgendwie, ja, als kein Dart auf dem Schirm hat, aber die Idee ist, wenn dieser Springer jetzt hier schlägt, dann haben wir hier auf D7 eine Gabel, und deswegen kam natürlich eh mal D, wir gucken mal eben ganz kurz, ja, eine kleine Variante, nach Springer D, mit Gabel, und den Zwischentausch, das ändert nichts, dann gewinnen wir da oben die Qualität, bringen unsere Figuren raus, und stehen sicherlich leicht besser, also noch nicht auf Gewinnen, aber leicht besser, und das ist auch eine Variante, die Raphael angegeben hat, während der Partie, was er sich so überlegt hat, der Gegner spielte aber B mal D, okay, jetzt ziehen wir den Springer weg, okay, ja, greifen den D5 an, ihr seht schon, ja, wir haben jetzt nicht mehr so dieses typische Isolani, gegen Isolani Spiel, sondern jetzt hat Schwarz hier auch einen Isolani, das ist eine völlig symmetrische Stellung, die im Grunde sehr, sehr ausgeglichen ist, gar keine Frage, Schwarz hat das Läuferpaar, aber die Springer stehen sehr, sehr gut, sehr aktiv, von daher sind wir hier noch im ausgeglichen Bereich, gar keine Frage, dann B7 deckt den, wir machen Luftloch, wunderbar, Läufer D6, Springer D3, der Zug gefällt mir, wir haben, die Springer stehen harmonisch, zentral, decken sich gegenseitig, können die auch mal nach C5 reinhüpfen, bei Bedarf und dieser Springer E5 ist ja auch sehr, sehr aktiv, dass er hier immer mal die Gabel drohte, hier auf C6 drohte, und das nervt den Gegner ja vielleicht auch ein bisschen, deswegen möchte der Gegner den loswerden und ja, haben wir gesagt, machen wir, Springer, Dame schlägt, so und jetzt, Hüpf, Sprenger C5 und jetzt ändert sich so ganz allmählich die Stellung, denn wir drohen hier in Anführungsstrichen, diesen Läufer auf A6 und jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, jetzt nehmen wir mal an, also in der Partie kam Läufer C5, jetzt nehmen wir mal an, es käme hier zu diesem Tausch, ja, jetzt haben wir noch, also die sind ja unverändert und wir könnten den jetzt hier auch einfach schlagen, ich wollte nur darauf hinaus, dass Schwarz immer aufpassen muss, je näher es zum Endspiel geht, auf einmal, ja, sind diese Bauern, die auf den schwarzen Feldern stehen, natürlich irgendwann angreifbar, ja, vielleicht kommt der Läufer mal irgendwie von hinten rum, irgendwie an diese Bauern dran, ähm, also Schwarz muss hier deutlich mehr aufpassen, während dieser Läufer hier, ähm, gegen den A4 natürlich überhaupt nichts machen kann, ja, und wenn wir B3 gespielt haben, äh, auch nichts mehr, ja, das heißt, äh, das Endspiel ist für, für Schwarz etwas kritischer, ähm, in der Partie, VT Läufer C5, D schlecht C, oh, so, und jetzt, jetzt haben wir wieder so ein typisches Beispiel, jetzt hat sich die Struktur wieder verändert, bleibt nur die Frage, für wen, äh, verbessert, wir haben einen Freibauern, wir haben einen gedeckten Freibauern, Schwarz hat auch einen Freibauern, hm, okay, unser Turm steht gut, Turme gehören hinter die Freibauern, vielleicht ist die D-Linie mal offen, dass wir hier Druck machen können, super, super spannend, ne, und ich kann euch sagen, nach Dame C6 und Läufer D4, ist diese Stellung, mh, wahrscheinlich schon, mindestens in der Praxis, deutlich, deutlich einfacher zu spielen für Weiß, ne, weil, weil Schwarz keine große Aktivität hat, während Weiß hier noch ein bisschen rüberschwenken kann, zum Königsflügel mal gucken kann, ne, und deswegen, hätte, hätte Schwarz hier wahrscheinlich D4 spielen sollen, und diesen, diesen Freibauern auch mal direkt ins Rennen schicken sollen, ne, und jetzt sieht das nämlich schon ganz anders aus, dass dieser Bauer hier auch gedeckt ist, und, und natürlich auch die weißen Figuren stört, ich könnte das hier überhaupt nicht einschätzen, ne, ähm, Engine sagt, ist jetzt, wäre es auf einmal klar besser für Schwarz, aber, äh, selbst das, das wäre mir überhaupt nicht offensichtlich klar, ähm, wie viel und warum das jetzt hier so krass besser ist für, für Schwarz, ne, wahrscheinlich, weil die Türme irgendwie keine sonderliche Aktivität haben, während die Schwarzen, ja, vielleicht kann der hier mit, mit einem Bauernsturm, ja, oder den, die Türme noch, nochmal irgendwie, hier rüberführen, zu einem Angriff, ja, wahrscheinlich gleich besser Schwarz, aber das Minus 3 hier schon, fand ich schon hart, ne, okay, haben wir also ein Quäntchen Glück gehabt, aber, der Gegner hat es natürlich auch nicht gewusst, in dem Sinne, und, und hat gesagt, ich blockiere mal diesen Bauern, äh, die Dame ist ein schlechter Blockeur, ne, das sollten wir aber auch kennen und wissen, von daher, so, Läufer D4, wir blockieren diesen Bauern, das ist gut, das ist gut, und jetzt folgen wir natürlich die nächsten Züge, ähm, muss man gucken, ja, wohin mit den Türmen, wohin mit den Figuren, wir drohen mal ein Matt, Wilfried, jetzt schnell den Glücksbringer rausholen, ja, vielleicht übersieht der Gegner hier ein Matt, F6, nein, leider nicht diesmal, ähm, B3, ja, jetzt, jetzt hängt natürlich der A4, hä, müssen wir denken, jetzt haben wir aber das, das ähnliche Problem, unser Läufer greift diese Bauern an, und sein Läufer greift später diese Bauern an, also dieser Vorteil mit der, mit der Bauernfarbe am Damenflügel, hat sich jetzt auch schon wieder relativiert, okay, ähm, Turm E4, droht vielleicht mal eine Turmverdopplung, ja, warum nicht, ähm, wir nehmen raus, D schlägt E, und schon hat sich die Bauernstellung schon wieder verändert, nämlich, dass dieser Isolani jetzt hier quasi gedeckt ist, das ist durchaus nicht unvorteilhaft für Schwarz, aber, dieser, dieser E-Bauer ist natürlich jetzt auch kein Freibauer mehr, ja, das heißt, wir haben hier das Feld E3, problemlos unter Kontrolle, ähm, im Sinne von, dass wir jetzt vielleicht verlieren können, die Gefahr ist, ähm, deutlich reduziert, zumindest erstmal, okay, Dame der 6, mit der Idee, ja, hier, tauscht doch, ja, und mach meinen, mach meinen Bauern mal flott, Schwarz sagt, nee, lieber nicht, warum macht er das nicht, wir gucken mal eben, jeder, jeder Tauscher, jedes Feld, was der Bauer quasi irgendwie nach vorne kommt, macht ihn gefährlicher, keine Frage, und wir können hier, ähm, diesen, diesen Bauer natürlich wunderbar unterstützen, die C-Linie ist frei geworden, durch, durch diesen Schlagen, und wir haben sogar die Option, jetzt hier diesen, diesen, anzugreifen, äh, erste Variante ist, schlägt er den, schlagen wir den, und jetzt hat, schwarz das ganz, ganz große Problem, dass er, hier erstmal nicht wegkommt, ne, er muss jetzt erstmal mit dem König ranlaufen, um, um das Feld D7 zu bewachen, und in der Zeit, ist dieser Läufer, hat sich hier schon satt gefressen, ja, und vielleicht sogar diesen Bauern wieder gedeckt, und dann hätten wir auf einmal zwei mehr Bauern, hm, gar nicht so einfach, ja, also muss der Turm nach D7, dann können wir über Turm C7 spielen, und greifen hier wieder zwei Figuren an, er muss schlagen, und jetzt haben wir sogar das gleiche in grün, nur dass dieser Bauer noch einen weiter vorne ist, der König noch weiter weg ist, ja, er muss sich also erstmal nähern, während wir uns hier satt fressen, und das bietet, das bietet, weil der König, wenn der rankommt, ja, um den hier zu kontrollieren, damit der Läufer mal frei wird, ähm, ja, die Bauern stehen auch noch alle auf schwarz, ja, das ist, trotz ungleichfarbiger Läufer, wahrscheinlich schon eine ziemlich schnell, eine einfache Gewinnschirmung herbeigezaubert, ja, und deswegen, ist es besser, diesen Bauern nicht nach vorne kommen zu lassen, direkt zu blockieren, okay, Läufer E3, ja, blockiert auch diesen Bauern, damit der nicht fortzieht, und auf einmal, auf dieser Diagonale irgendwas droht, und zerrt, Turm D1, und Läufer A8, und hier bietet der Gegner Prämie an, ja, Freunde, das war's, oder? zweieinhalb Punkte, können wir mit zufrieden sein, oder, oder wir sagen, warum sollten wir hier nicht weiterspielen, wir stehen doch nicht schlecht, wir haben einen Freibauern, wir haben die offene D-Linie, und das ist so ein typisches Beispiel, ihr könnt euch vielleicht noch an das, das, äh, Ankündigungsvideo von Raphael erinnern, ja, wo ich ihm den Tipp gegeben habe, äh, spiel die Endspiele einfach mal, allein nur um den Erfahrungswert, des Endspiels unter, unter Druck, also unter Zeitdruck, Gegnerdruck, äh, ist natürlich viel, viel lehrreicher, als wenn man in der Analyse, nachher irgendwelche Züge da, so sinnlos sich die Gegend schleudert, das hat nur so, so einen bedingten Effekt, mh, und deswegen, hat Raphael abgelehnt, bravo, ähm, und spielt da im G3, es drohen jetzt Turm D6, zum Beispiel, mit, mit, mit Eingriff, dass der Turm auf der 6. Reihe kommt, Läufer H6 droht auf einmal, wunderbar, und wir sehen, H4, H5 mit der Idee, hier auf G6, oh, Weiß macht Druck, ja, und Schwarz, hat auch ein bisschen Zeitnotprobleme, jetzt nicht zu viel, ah, aber, ob jetzt schon, weiß ich nicht, aber so viel war es nicht mehr, was der Gegner hatte, und, nach H5, so, 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 alles klar, und jetzt sind wir hier in so einer Situation, ähm, wenn der Gegner auf Inkrement spielt, quasi, ja, jetzt bleibt immer die Frage, wenn man jetzt wirklich, Druck auf der Uhr machen will, welches Konzept ist dann sinnvoller? Irgendwelche Schlagvarianten, wo der Gegner quasi immer zu einzigen Zügen gezwungen ist, und quasi immer 30 Sekunden Atempo, äh, gutgeschrieben kriegt, ja, oder eine komplizierte Stellung aufbauen, wo man nichts forciert, ja, wo der Gegner nicht reagieren, sondern selber irgendwas machen muss, und das ist dann, ähm, schon wieder deutlich, deutlich schwieriger, weil er sich selber überlegen muss, was kann ich machen, ja, und dann muss er wieder überlegen, oh, was könnte der Gegner dann machen, ähm, er kann also nicht reagieren, er muss selber irgendwas machen, und das ist eine erhöhte Fehler, Quellenpotenzial irgendwo, von daher, ähm, wenn wir uns, wir könnten jetzt zum Beispiel so einen Zug wie Läufer H6 überlegen, oder ein Zug wie, ähm, G4, äh, warum G4, ja, um dieses F5 zum Beispiel zu verhindern, was die Dame an die Verteidigung der sechsten Reihe hier, äh, ja, und den Bauern deckt, und so weiter, ähm, so ein Zug wie G4, der gefällt mir sehr gut, und das ist auch der, den Raphael gespielt hat, ähm, wir schauen uns mal eine Variante an, wenn Raphael zum Beispiel sagt, wir schlagen hier auf, H6, ja, und wenn der Gegner nur noch 30 Sekunden hat, dann wird er den hier einfach zurückschlagen, umschlagen, und den König wegziehen, hat jetzt schon anderthalb Minuten auf der Uhr, und kann sich jetzt überlegen, was mache ich mit dem König, gehe ich da hin, oder gehe ich da hin, und in anderthalb Minuten diese Problematik zu lösen, ist jetzt nicht so dramatisch schwer, weil, weil Weiß auch nicht so richtig viel droht, ne, zum Beispiel, wenn wir rausgehen und der Bauer kommt, ja, dann kommt eben, eben die Dame zurück, ne, und dann kann, kann der König hier auch, auch fliehen, das Grundlinienfeld hier ist, ist ja dann auch, auch gedeckt und so weiter, und dann muss, dann muss, dann muss, Weiß schon so ein bisschen rumtricksen, ja, aber ist jetzt nichts, ähm, so, ihr seht, eine kleine Kombination, ja, ist jetzt, ob man, und wie viel man davon jetzt während der Partie auch wirklich gesehen hat, spielt auch keine Rolle, ähm, aber es natürlich birgt ein gewisses Risiko, weil man, weil man sehr, sehr viele Züge gemacht hat, die forciert waren, und jetzt hat der Gehen auch immer zwei, drei Minuten auf der Uhr, und findet vielleicht entsprechend gute Züge, ne, und kann hier, vielleicht den Turm tauschen, und am Ende des Tages ist das natürlich ausgeglichen, ja, aber, ja, war auch sehr, sehr einfach zu spielen, ne, ähm, deswegen hat Raphael mit, mit G4 gesagt, ja, dann, mach du mal eine Entscheidung, ne, und, ähm, jetzt haben wir zum Beispiel die Option, dieses F5, ja, verliert erstmal, grundlegend nur einen sinnlosen Bauern, erstmal, hier, dieses Schlagen auf B3, ist natürlich möglich, aber ermöglicht dann Turm D6, mit Angriff auf die Dame, die Dame müsste wegziehen, und dann ist vielleicht, äh, Läufer H6 schon deutlich aktiver, weil der Turm dann über die 6,3 hier mit, mitwirken kann, ne, das muss man mit Schwarz jetzt alles berechnen, in, in 30 Sekunden, ja, und das ist super riskant, und das ist eben der Unterschied zwischen forcierten Varianten, um Druck zu machen, oder den Gegner sagen, mach mal einen sinnvollen Zug, ne, deswegen fand ich G4 sehr, sehr gut, okay, der Gegner spielt Turm C7, bin ich G2, Turm D7, ja, ähm, Turm D2, okay, weiß hat natürlich jetzt auch, mit überhaupt nichts forciert, und Schwarz hat jetzt im Grunde gar nicht schlecht gespielt, denn, ähm, ja, hier vielleicht, dieses Turm D6 quasi verhindert, und die Zeitnot ist mit dem 42. Zug jetzt auch erstmal überstanden, und hier muss sich Schwarz jetzt, ich weiß nicht, wie viel Zeitgutschlag es gab, eine Viertelstunde wahrscheinlich, ähm, das heißt, es ist ja auch nicht so viel, ne, eine Viertelstunde dabei, ist natürlich nett und angenehm, gar keine Frage, aber macht man mal ein, zwei Züge, wo man ein paar Minuten reinguckt, ist die Zeit auch ganz schnell wieder weg, ne, und hier muss Schwarz dann wieder die Entscheidung treffen, schlage ich jetzt zum Beispiel, diesen, diesen Bauern hier, ne, das ist eine Entscheidung, die er sich, die ich, fragen muss, ne, und hier muss er dann zum Beispiel auch so Züge wie Läufer H6 wieder berechnen, und so, und je mehr man berechnet, desto mehr Gespenster sieht man ja automatisch auch immer, ne, das kennen wir alle, und in dem Fall hätte Läufer H6 nicht gereicht zum Verweis, für irgendwas, im Gegenteil, ne, und Schwarz hat hier tatsächlich einen Freibauern über, aber das so richtig einzuschätzen, ja, wir schauen mal, und, äh, hier geht's nicht so ganz richtig weiter, ja, deswegen, nix mehr, ja, dieser Bau ist jetzt auch nicht wirklich gefährlich in dem Sinne, mh, der Turm hängt ja auch noch, potenziell, oder der Tausch, ne, ja, das, das, das funktioniert einfach alles nicht, ne, also, das hier hätte der Gegner jetzt, ähm, vielleicht, äh, Läufer schlecht B3 spielen können, natürlich hätte Raphael nicht opfern müssen, ne, ähm, ja, aber, das muss er sich trauen, er hat sich's nicht getraut, ne, ganz klar, und er hat damit E7 gespielt, also, hier, ja, so dieses Quäntchen, ja, der eine sagt, oh, hat er Glück gehabt, und der andere sagt, ähm, hier, hier zahlt sich so die Spielstärke aus, weil man irgendwie konkret rechnen kann, und visualisieren kann, und so, ja, ähm, wenn der Gegner hier vielleicht 2-2 gehabt hätte, hätte er sich vielleicht die, die Zeit genommen, das eben kurz berechnet, oder so, weiß man alles nicht, ähm, aber wir spielen halt, in Anführungsstrichen, nicht gegen Meister, sondern gegen 1900er, so im Schnitt, ne, von daher, ist das auch alles menschlich und verständlich, okay, ähm, Dame F5, Schwarz versucht, die Dame zu tauschen, und, jetzt hat Raphael, noch wieder eine Idee, und ich find das wirklich faszinierend, toll, wie viel Kreativität Raphael hier in diese Stellung noch reinsteckt, und, welche Ideen er noch hat, von daher, also, Respekt und Hut ab, wir haben ja, wir haben schon das Remis abgelehnt, sehen, wir sind volles Risiko gegangen, und jetzt, Freunde, schaut mal, quatsch, Turm schlägt D5, was ist die Idee, dieser Bauer ist nicht mehr weg, ja, diese, diese Freibauern-Geschichten, treten hier nicht mehr auf, ähm, die Dame, muss natürlich hier schlagen, jetzt schlagen, jetzt haben wir eine Quelle weniger, was soll denn das denn, Raphael, was ist los, was ist nicht richtig mit dir, aber, was, was ist unser Gegenwert, wir haben hier einen Freibauern, ja, der könnte schon mal anfangen zu laufen, und der Turm kommt nicht über die C-Linie, hinter den Bauern, auch nicht, weil es hier kein Schach mehr gibt, ja, und, auch nicht, weil der Laufwörter steht, also, der Turm hat Schwierigkeiten, hinter diesen Bauern zu kommen, und das bedeutet, vorwärts, Kameraden, jetzt muss der Turm, aber mal schnell irgendwie zurück, vorwärts, jetzt kommt er dahinter, aber, wir sehen hier, von der Qualität, der Bauer steht auf der siebten Reihe, und der Turm ist sehr, sehr passiv an die Verteidigung, oder an die Umwandlung hier gebunden, ui, das ist, das ist grenzwertig, und, wir haben natürlich den Zug, und den Art Raphael natürlich gesehen, bei dem Qualitätsopfer, Läufer B6, wir decken den natürlich, sonst, wenn der einfach weg wäre, wäre er albern, aber, wir haben jetzt vom Materiell, minus 2, okay, aber, wir gewinnen hier mal, mindestens einen, vielleicht sogar zwei Bauern, je nachdem, aber mindestens einen, ist minus 1, plus, dass die, Aktivität der Figuren, ja, sprich, der Turm hat ja eigentlich 5 Punkte, aber dadurch, dass er nur an den Bauern gebunden ist, er kann hier nicht irgendwie, auf, auf, ne, Fische fangen gehen hier, und sich selber Freibauern bilden, ist, ist ja die Aktivität von 5 Punkten, eher so auf, auf 2 bis 3 runtergesunken, ja, also, materiell sollte es, wahrscheinlich sogar, naja, und deswegen sagt die Engine auch, plus 0,6, also ist, natürlich ausgeglichen in dem Sinne, aber ihr seht, ähm, was Aktivität, äh, ausmacht, ja, und jetzt geht es natürlich darum, kriegen wir unseren König hier schnell genug, hier irgendwie, hier rüber, können den Turm vielleicht vertreiben, oder so, oder kommt der schwarze König schnell genug rüber, jetzt müssen wir natürlich, wenn wir das ja auch noch, in der Tiefe bis zum Ende gerechnet hätten, alles, dann, äh, dann Raphael bist du auf dem Weg zum Großmeister, ähm, schwarzt kommt mit seinem König, wir schlagen natürlich erstmal diesen Bauern, wir kommen auch mit unserem König, ja, oh, 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 Freunde, und jetzt wird dem Gegner ganz allmählich klar, jetzt ist schon der zweite Bauer weg, und vielleicht der dritte Bauer weg, und hier laufen ganz viele Bauern, das könnte ihm überlenden für, für schwarz, und hier macht schwarz so einen, so einen kleinen Panikzug, nämlich, also grundsätzlich möchte er mit seinem König, jetzt hier irgendwie selber aktiv werden auch, okay, aber, warum macht er das nicht? Wir machen eben eine Variante, ich zeige euch mal den Zug von, von schwarz, ähm, wenn er jetzt hier als Beispiel sofort, hier irgendwie den König ran führt, dann, kommt der König natürlich hier auch, zum Beispiel, ins gegnerische Lager, und kann hier noch ein, ein, zwei Bauern schlagen, und auf einmal ist dieser Bauer dann hier auch, ein Kandidat, der auch schon sehr weit vorne ist, vor allem, ja, und schwarz braucht ja hier noch, jede Menge Züge, um überhaupt einen Freibauer zu bilden, und im Zweifelsfalle, äh, opfer ich hier, oder schlage ich erstmal diesen, ähm, diesen Bauern hier, damit schwarz überhaupt keinen Freibauern kriegt, auf der Linie, ja, ähm, okay, ich gebe den ab, zugegeben, aber dann, kein Problem, mir egal, hole ich mir den, ja, und dann den, und den, und, passt schon, und, die Freibauern auf der anderen Seite, müssen ja auch noch aufgehalten werden, da die Engine wieder eine Null, Null ausspuckt, ist, ähm, ja, kann man nicht berechnen, ja, aber das Risiko würde ich als, als Weißer hier auch wieder Zeit eingehen, ähm, vielleicht ein bisschen panikmäßig, dass der König hier nicht, nicht reinkommt, hat der Gegner jetzt hier, G schlecht, äh, äh, F5 gespielt, den schlagen wir natürlich, und jetzt mit dem König, und jetzt ist die Idee, dass der König halt dieses Feld nicht hat, äh, um hier nach vorne zu kommen, okay, ähm, was sind jetzt aber noch, was hat Schwarz jetzt erreicht, was möchte er, er möchte scheinbar hier hingucken, ne, verständlich, und, Raphael spielt den natürlichsten Zug der Welt, also, bravo, Läufer B6, äh, ach ja, der hängt ja gar nicht, weil der Bauer durchgeht, ihr seht, der Turmbauer, der wird hier auch am liebsten in die Tischkante beißen, ja, das ist, äh, und, der Läufer hier verhindert jetzt auch das Herr König, hier, und der Bauer, das Feld, ja, hier ist eine schöne Barriere, da geht gar nichts, so, Königaktivität eingeschränkt, Turmaktivität eingeschränkt, vom Gegner, wir haben den Bauern, wir haben hier jetzt den zweiten Bauern, der mal aber mal ganz schnell hier die Turnschuhe anzieht, wir können hier auf der Seite die Bauern hier, und jetzt potenziell vielleicht nochmal irgendwann, äh, mit F5, F6, dann den König hier ran, ja, dann haben wir hier noch, also hier muss Schwarz aber mal zaubern, wenn ihr hier noch irgendwas holen will, ja, ich kann euch sagen, Freunde, die Engine sagt hier, plus 2, oder plus 3, den Belang man sie laufen lässt, äh, deutlicher Vorteil für Weiß, ja, wegen dieser Qualität des Bauern, C7, okay, Turm C3, droht hier matt, ne, droht nicht, weil wir da hin können, okay, es droht, was droht denn, ja, nichts droht, er kann den nicht schlagen, weil der geht, auf dieses Schach, gehen wir zur Seite, stört auch nicht, weil dieser Bau ja auch nicht hängt, erstens ist der gedeckt, zweitens, der Bauer durch, ja, was, was droht, was droht, schwarz, nichts, was sollte Weiß jetzt also machen, nun, wir könnten hier in Ruhe, erstmals Variante, warum spielen wir den diesen Bauern jetzt nicht vorwärts, das habe ich jetzt nicht verstanden, ähm, es droht, A5, A6, A7, A8, Dame, der König kann nicht auf die C-Linie, wegen C8, er kann noch mal hier hin, ja, den, ähm, und jetzt sehen wir, der Turm steht so schlecht, der kommt hier nicht mehr auf die A-Linie, nicht mehr rechtzeitig, ähm, der König muss jetzt auch noch, erst noch mal den spielen, um das Feld zu kontrollieren, ja, und jetzt, äh, schicht im Schacht, äh, hm, ist das jetzt hier zu, zu einfach gewesen für Raphael, traut er sich wieder nicht, nicht gesehen, selber in Zeitnot, das wäre spannend, und vor allem, das sind so, so Züge, äh, deswegen spielt man, und deswegen braucht man diese Erfahrung, unter Druck dann auch diese Entscheidungen zu treffen, ja, ist jetzt nicht immer so einfach, in Anführungsstrichen, ähm, äh, wie hier, sondern, aber man muss natürlich auch lernen, unter Druck, gegen bessere Spieler, und überhaupt gegen, ist ja unter Druck überhaupt, Entscheidungen zu treffen, das ist etwas, was, was mir persönlich zum Beispiel total abgeht, äh, deswegen, ähm, hier wäre die Riesenchance gewesen, Raphael hat eine andere Idee, er möchte F5, F6 spielen, um den, zu aktivieren, von der Idee her auch, gut, nach dem Schlagen, gewinnen wir den E4, aber hier ist jetzt der König, bei dem Umwandlungsfeld, und jetzt fällt dieser Bauer, und dann ist der Turm zumindest so aktiv, dass das Schwarz hier auch Potenzial wieder hat, ah, ja, ja, es geht hin und her, Freunde, weiter, Daumen drücken, König geht ran, Turm B3, Turm B1, ja, oh, und jetzt endlich, jawohl, jetzt läuft der zweite Bauer, aber der König ist sehr, sehr nah dran, okay, ähm, ja, was, was machen wir jetzt, wir würden natürlich schon gerne, wenn wir den König hier hinkriegten, äh, den König quasi matt setzen, ja, und dann mit, mit Bauern durchwandeln, aber spätestens, wenn der, wenn der Turm hier steht, ist die Umwandlung ja verhindert, abgesehen davon, dass natürlich der König selber auch hier hinkommen kann, ne, äh, ja, dieser Plan scheitert, also, wie kommen wir jetzt weiter, und jetzt haben wir mit weißem Problem, wir können den Bauern nicht schlagen, wir können den nicht mehr ziehen, der hier bringt nichts, oh, 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 ja, hilft nur, die andere Seite mal zu beackern, ne, und die Bauern wegzunehmen, so, der Gegner spielt Turm A1, und möchte jetzt natürlich auch kein Risiko eingehen, wahrscheinlich ist dem Gegner hier auch, äh, das Gewinnen egal, in Anführungsstrichen, Hauptsache nicht verlieren, ja, kann man alles völlig nachvollziehen, und nach Läufer E3 schlägt Läufer B6 Schach, deckt den A5, und wir schlagen den, so, und jetzt haben wir natürlich komplett, der ist gedeckt, der ist gedeckt, ähm, das können wir im Zweifelsfalle wahrscheinlich nicht verlieren, aber können wir das gewinnen? Ah, Freunde, und jetzt, so, der König wird abgeschnitten, das erscheint erstmal, erstmal hilfreich zu sein, aber, ja, was macht Schwarz denn an, an Fortschritten, ja, wir spielen nämlich etwas schneller, weil wir können ja jetzt nicht jeden Zug hier gucken, aha, der versucht erstmal, den, den Bauern hier irgendwie als, als Kandidat nach vorne zu bringen, ja, aber jetzt steht er hier auf F3, ähm, kann nicht mehr angegriffen werden, aber, Schwarz hat hier auch keine große Ideen, ähm, ja, wie man hier überhaupt Fortschritte machen kann, ich denke mal, dass man als, weil, als, naja, man hätte vielleicht noch überlegen können, mit dem König hier mal irgendwie ranzulaufen, damit der gedeckt ist, ne, dann hätte man aber erst den Turm wieder umgruppieren müssen, um, damit dieser Bauer hier nicht, nicht irgendwie vorwärts geht, ja, und dann hast du ja auch noch diesen F2 noch lange nicht gewonnen, weil der ja auch noch gedeckt ist, also, kurzum, die Stellung ist einfach ausgeglichen, ja, und, dann haben sich die beiden hier, nach Turm des Sieben mit Remy angebot, hat Raphael es hier angenommen, tatsächlich, und das ist auch völlig in Ordnung, weil hier ist auch nichts mehr groß, wir können auch nicht mehr gewinnen, ne, von daher, also, eine richtige Kampfpartie zum Ende nochmal, ja, bravo Raphael, und, genau, den Rest jetzt mal im, im Resümee quasi, ja, Freunde, kommen wir zum Fazit, ja, ich ziehe so ein kleines Fazit, aus Raphaels Sicht, dann eins aus meiner Sicht, nun, zunächst einmal, aus Raphaels Sicht, er hat insgesamt, jetzt mal eben gucken, gegen einen Gegnerschnitt von 1933 gespielt, ja, ihr seht also, das ist schon, schon knappe 200 Punkte über ihm, das heißt, nach, das sieben Runden lang, ja, und in jeder Partie immer voll gefordert werden, Konzentration, Energie, also, ich glaube nicht, dass ich viel Punkte holen würde, wenn ich gegen, wenn ich gegen zwei Vierer siebenmal spielen würde, ja, das wäre super anstrengend, ähm, er hat 2,5 aus sieben geholt, sehr, sehr solides, mehr als solides Ergebnis, die Gewinnerwartung, war bei 1,8, also, ich habe dafür so einen inoffiziellen DPSZ Rechner genommen, ne, ähm, ist natürlich nicht super genau, aber gibt schon mal ein gutes Indiz, sprich, wir, wir liegen, deutlich, deutlich im Soll, ne, äh, im Haben, im Haben, ähm, denn am Ende des Tages, haben wir einen Gewinnzuwachs von 17 Punkten, und den haben wir uns auch redlich verdient, also, Raphael, ja, wunderbar, herzlichen Glückwunsch, ähm, also, ich finde, du hast, du hast Kampschach geboten, und, natürlich nicht, nicht, immer alles fehlerfrei, da wollen wir gar nicht drüber reden, ja, jeder macht Fehler, was aber auffiel ist, dass du relativ oft aus der Öffnung heraus, irgendwie in schwierige Stellung geraten bist, das heißt, so am Öffnungsrepertoire im Allgemeinen, könnte man sicherlich noch ein bisschen arbeiten, um einem die Sache etwas leichter zu machen, ansonsten, äh, gutes Turnier, von daher, ähm, Glückwunsch, jetzt hast du dir deinen Urlaub aber auch erstmal verdient, genieß ihn, und, ähm, ja, was ist aus meiner Sicht jetzt zu sagen, ich mach die mal eben hier kurz weg, ähm, ja, für mich war es natürlich auch anstrengend, ja, sieben Runden jetzt am Rechner zu sitzen, und immer auf die Ergebnisse zu warten, und die Videos zu produzieren, aber es hat auch einen riesen Spaß gemacht, ja, und vor allem, und da möchte ich mich bei euch bedanken, ihr habt, ihr habt mitgefiebert mit dem Raphael, ja, ihr habt ihm die Daumen gedrückt, und ihr habt so viele Kommentare und gut gemeint, gute Wünsche dargelassen, äh, fantastisch, ja, das hat natürlich den Raphael motiviert, und mich auch, von daher, äh, win, win, win für alle, hoffentlich, ja, und, äh, ich hab auch in den Kommentaren, erstmal waren es Millionen Kommentare gefühlt, ja, ich hab alle gelesen, ein paar beantwortet, aber, im Regelfall konnte ich nicht alle beantworten, aber dadurch, dass ich ein Herz hinter gemacht hab, und das kann nur der, ähm, ja, der Autor sozusagen, ähm, der Kanalbetreiber, das heißt, ihr habt, ihr wisst, wenn ich ein Herz hinter gemacht hab, hab ich's gelesen, auf jeden Fall, und, äh, vielen, vielen Dank für, für die, für die Beteiligung, ne, das, das ist, unmenschlich, und, äh, 1.000, 500, 2.000 Leute teilweise, ja, Kommentare geschrieben, oder die Videos, ihr guckt viel mehr, und, äh, vielen, vielen Dank dafür, und an alle, die neu auf dem Kanal zugekommen sind, ähm, ja, erstmal, ich hoffe, euch hat's gefallen, und ich hab euch nicht verschreckt, mit meinen, ja, ich kann's ja nicht lassen, ja, zwischendurch hau ich ja immer mal wieder so, so ein paar kleine Sprüche raus, dass, ich versuche ja immer so ein bisschen Wissen zu vermitteln, ne, und, äh, ich komm da nicht aus meiner Haut, deswegen, ich hoffe, ich hab euch nicht abgeschreckt, und, ja, deswegen, Raphael sicherlich zufrieden, ich bin zufrieden, und wir werden aber nochmal ein gemeinsames Fazit ziehen, dieses Video werden wir dann, äh, aufnehmen, und aber beim Raphael auf seinem Kanal, äh, zeigen, das heißt, wenn ihr dieses gemeinsame Fazit auch noch sehen wollt, alle, die es noch nicht gemacht haben, ja, Raphael abonnieren, und dann das Video gucken, so Freunde, jetzt würde ich sagen, jetzt haben wir aber auch eine, eine harte, intensive Arbeitswoche hinter uns, ja, jetzt würde ich sagen, machen wir erstmal zwei Tage Urlaub, ich auch, und, äh, wir sehen uns am, äh, ich muss mal überlegen, am, spätestens am Sonntag wieder, denn ich hab zum Beispiel, eine kleine Videoserie, muss ich mal eben gucken, ob ich, ob ich den hier, ob ich den hier irgendwo drin habe, natürlich wieder nicht, ja, schlatsvorbereitungen, und zwar habe ich mit dem Jonathan Karlstedt, wieder ein paar Videos aufgenommen, ja, da könnt ihr euch dann auch wieder freuen, auch da geht es um Analyse, und, äh, wie man da so rangeht, und so weiter, von daher, ab Sonntag dann wieder, ähm, meine eigenen Videos, in Anführungsstrichen, ich hoffe, ihr seid dann auch wieder zahlreich mit dabei, und ansonsten, sag ich besten Dank fürs Zuschauen, fürs Mitfiebern, bis zum nächsten Mal, hm, hm,